Was war denn? Aufgepasst! Ups! Ja, auf der Straße sind überall Lichtspiel. Willst du denn eine Sammlung aufbauen? Und da ist noch einer. Ja, jetzt nicht mehr. Schnucki, warte doch mal hier. Lass mich doch erstmal hier ein bisschen... Du bist mir ein wenig zu schnell und zu eilig. Na, klasse. Ah, schön. Schön, schön, schön. Springt also auch auf diese Range über. Die Waffe gefällt mir immer mehr und mehr. Ja, schade, dass man da nicht mehr rausholen kann. Ups! Der so voll aufgeladen ist, hat den richtig übelsten Wumpf. Interessant. Sehr interessant. So, jetzt gehe ich nochmal auf das Bötchen gucken. So, den habe ich hier weggespringt. Oder er hat ihn erschossen, ich weiß es gerade nicht. So, einmal hier rüber. Machen wir hier ein bisschen Licht. So, Munition, ganz wichtig. Doch, ich glaube, ich werde die Waffen mal tauschen. Warte mal. Inventar. So, Waffen. Splittergranate. Die hier habe ich. Machst du mal hier Kuh und dann bitte auf drei. Dann habe ich das schon mal getauscht. Weil die andere, ich glaube, die ist dann doch momentan nicht mehr so aktuell und gut. Ihr macht schon ein wenig mehr Wumms. Alter, das mit dem Licht hier im Nebel sieht schon richtig geil aus. Aha, da vorne ist was. Ne, ja, wir schauen uns das bei Zeiten an. Denn das hier werde ich etwas anders spielen. Alter. Ich glaube, es war doch die richtige Wahl. Diese Fäule. Ich kann Fäule ernten. Ui, geil, geil, geil. Die Waffe ist... Alter. Das ist richtig nice, die Waffe. So, wo ist der andere? Hier war doch, glaube ich, noch ein Vierter. Oh, das waren doch nur drei. Hörst du das? Krächer. Alter. Die bleiben oft im tiefen Nebel. Wir halten uns lieber fern. Aber man weiß ja nie. Alter. Ich habe mir gerade Angst gemacht. Gibt es noch was Größeres als Deathclaws, Behemoths und Myerle Königen? Als ich noch klein war, so bis zu deinem Knie, war die ganze Insel von Nebel bedenkt. Der Nebel verschwand. Die Leute kamen zurück, aber wurden bequem. Nahen alles als gegeben. Die Leute vergessen schnell. Ist alles schon mal passiert? Ich nehme einfach mal mit die Fäule. Wer weiß, was man damit noch so machen kann. Kommen wir übrigens hier auch mal an? Ich weiß ja nicht, wo du mit mir hin willst. Aha, Schlinger. Oh, ach hier. Schade, als ich dachte, man könnte sich doch noch auch glücklich einigen. Oh, alles so legendär. Verzeiht mir, wenn ich das nicht zeige. Ich meine, irgendwann im Nachhinein kann man da ja nochmal gucken. So, ist hier noch mehr von diesen Schlingi-Wingis? Hm, nein. So, jetzt muss ich ja mal gucken. Die ist wieder auf drei. Ich habe mich nicht noch was übersehen. Nein. Gut, dass ich so einen großen Essensvorrat zu Hause habe. Aber ich glaube, den werden wir hier dezent aufbrauchen. Okay. Gule. Die gibt es natürlich hier auch. Daran hat sich noch nichts geändert. Wie sieht es denn eigentlich munitionstechnisch aus? Das würde mich mal so grob interessieren. 2510. Ja, da haben wir noch mehr als genug. Viel mehr als genug. Ich finde die Waffe ja momentan richtig nice. Ih, da ist böse Strahlung. Sehr böse Strahlung. Ih. Wer bist du denn? Ih. Führst du eine weitere Seele in die Verdammnis, Alter? Na, wen haben wir denn da? Ach, noch eine verrückte Strahlenanbeterin. Deine Sticheleien machen mir nichts. Mein Glaube schützt mich. Wie sieht es mit Kugeln aus? Schützt dich dein Glaube auch davor? Wer ist das? Noch so ein Prediger der Kinder des Atoms. Sie fingen als Plage an und wurden zu einer Bedrohung. Verdirbt nicht noch eine Seele mit deiner Blasphemie, alter Mann. Ich rate dir, nicht weiterzugehen. Arcadia ist ein Schlangennest. Bestien, die den Willen Atoms untergraben. Was hat Arcadia getan, dass du der Stadt mistraust? Sie versorgen Fahrhaber mit allem, um Atoms heiligen Nebel abzuweisen. Du solltest solchen Kreaturen aus dem Weg gehen und den wahren Meister der Insel aufsuchen. Also gut, ich höre. Erzähl mir von Atom. Erzählen? Seh dich um. Du wandelst durch sein Königreich. Ein Land unter heiligem Nebel. Ein Land, das Atom für seine Kinder beansprucht. Und du gehörst zu unserer Familie, wenn er dich für würdig erachtet. Würd' ich? Was muss ich tun? Es gibt ein Ritual, das deine Kinder durchführen müssen. Wenn du erfolgreich bist, wirst du in unsere Familie aufgenommen. Okay, ich bin dabei. Ausgezeichnet. Begib dich zum Nukleus. Dort werden die Atomspläne offenbart. Wenn du genug Zeit mit dem Fanatiker verschwendet hast, sollten wir gehen. Oh, äh, huch. Falsche Taste. Falsche Taste. Wieder hinein. Hier, schnell hinein. Ich fühle mich hier so unsicher ohne die Powerrüstung. Ich habe die nicht umsonst mitgenommen. Ich habe auch bewusst diese Wohlze-Lackierung draufgelassen. Da habe ich immer schon gefragt, wie du wolltest die Lopra aussehen. Kein Nebel. Damit wir so ein bisschen mehr Chance beim Überreden haben. So, Arcadia ist nicht mehr weit. Ja, hoffe ich für dich. Okay, das hier ist aber nicht Arcadia, oder? Scheinbar doch, Arcadia. Ja, sehr nett, dass du mich hergebracht hast. Ja, Arcadia beobachtet uns schon eine ganze Weile. Wenn du mit ihnen reden willst, geh einfach rein. Die warten auf dich. Wenn du nochmal Hilfe brauchst, komm vorbei. Hab eine Hütte außerhalb von Far Harbor. Gut, um sich auszurüsten, Ruhe zu finden oder sich einfach nur zu besaufen. Wenn du was Hochprozentiges mitbringst, sollte das aber für zwei reichen. Du gehst schon? Willst du nicht wissen, was als nächstes passiert? Du willst, dass ich bleibe und dir den Rücken decke. Du solltest mitkommen. Ich könnte deine Hilfe brauchen. Hm. Gut. Warum zum Kuckuck nicht? Ist besser, als allein zu trinken. Äh, okay. Reise bestätigen. Enter. So, Nicky. Nick! Sollen wir wieder aufbrechen? Ja, gehen wir. Gehen wir. So. Jetzt wird es aber lustig hier. Longfellows Hütte. Den alten Longfellow nach... Ja, Longfellows Hütte. Wäre ja logisch. Jetzt würde mich aber eins brennend, und zwar Hilfe Captain Everway. Optional. Ich weiß nicht, was mir mehr wehtut. Mein Rücken oder meine Füße. Hilfe Captain Everway. Optional. Verstehe ich jetzt nicht. Bahaba. Longfellows Hütte. Optional. Hilfe Captain Everway. Okay, das ist jetzt... Wir sind gerade hier angekommen und jetzt sollte ich ihm... Naja, ich glaube, das können wir auch später machen. Sollte jetzt nicht das Problem sein. Schaue ich mich erst mal hier ein bisschen außen um. Blutblatt. Ja, dann... Aster. Was ist denn Aster? Wir hatten hier erst mal eine kleine Runde. Düngemittel. Und dann schaue ich mal nachher in die Siedlung. Ja, ich glaube so gegen Ende der Aufnahme. Und dann werde ich mal gucken, ob ich das verbinden kann. Ich habe mir die Hoffnung, dass ich vielleicht die Siedlung verbinden kann. Dann brauche ich nämlich nicht mehr unbedingt nach Hause, sondern kann mir hier vielleicht ein... Ne, wie sollte ich es nennen? Ein Fahrhaber-Domizil aufbauen. Alter, der Nebel. Das sieht schon richtig geil aus hier. Das hat schon was. Mann, das sind diese Wittenkraftanlagen. Von denen habe ich schon gehört. Aha. Rittergranaten. Nehme ich gerne. So, gibt es hier sonst noch etwas? Scheint der nicht so. Das hier sieht aus wie so eine... Wie ist denn diese Dinger hier? Diese... Stethoskop wollte ich schon sagen. Hier diese Teleskop-Dinger. Hier diese Weltraum-Teleskop-Stationen. Wo sie uns zählen. Aktivieren kommt nichts. Lass mal aus. Passt schon. Dann wieder hinunter. Tja. Und einmal hinein. So, sind wir drin. Ich denke immer bei diesen Dingern, das wäre ein Holobahn. Also das ist sehr ungeschickt. Tür entsperren Schlüssel erforderlich. Schade. Tür entsperren Schlüssel erforderlich. Weißt du, als ich das erste Mal aus dem Nebel den Berg hinaufstieg, dachte ich mir, das ist mal eine passende Symbolik. Du bist an einen Ort der Klarheit, des Verständnisses und des Friedens gekommen. Die Synths von Arcadia heißen dich willkommen, solange du uns gegenüber offen bist. Sorry, das musste ich gerade einblenden, als ich den Typ ge... Was bist du denn? Du siehst aus wie so ein... Was bist du? Ich hab's dir gesagt. Ich bin der alte Synth auf dem Berg. Ich weiß, die Plastikhaut und die Schläuche können etwas... ...verstörend sein. Aber das sind nur Äußerlichkeiten. Sag mir, wieso du hier bist und ich werde versuchen, dir zu helfen. Ich bin der alte Synth auf dem Berg. Moment, das klingt jetzt so ein bisschen wie ich bin der Weiser vom Berg. Ich werde dich an meiner Weisheit erleuchtenden Ende mir dein Problem und ich werde dir dabei helfen. What? Ich bin hierher gekommen, um Kasumi Nakano zu finden. Wirklich? Ich bin beeindruckt. Nur wenige würden die Gefahren einer solchen Reise auf sich nehmen, um jemanden zu finden. Kasumi ist hier. Ihr geht es gut und du kannst gerne mit ihr sprechen, wenn du willst. Aber sag mir vorher, glaubst du, dass Kasumi ein Synth ist? Wir beantworten keine Fragen mehr, solange du nicht ehrlich zu uns bist. Wer zum Teufel bist du? Es gibt nur einen Synth mit so einem Gesicht und eigenem Willen. Und ich sehe ihn nur, wenn ich in den Spiegel schaue. Nick? Das kann doch nicht sein. Erzähl mir doch nichts. Was willst du hier abziehen? Ich hab dich noch nie im Leben gesehen. Bitte. Wenn du mir eine Chance gibst, kann ich es erklären. Ist das ein Witz? Kennst du Nick wirklich? Lass mich erzählen, was ich weiß. Dann kannst du entscheiden. Wir waren Prototypen, Nick. Die ersten, die eigenständig denken und urteilen konnten. Red weiter. In einem der Experimente ging es darum, wie unsere Gehirne Persönlichkeit verarbeiten. Ob wir individuelle Gefühle und Verhaltensmuster bewältigen können. Meine durfte ich anhand von Erfahrungen entwickeln. Aber in dich wollten sie eine gesamte Persönlichkeit übertragen. Es brauchte mehrere Anläufe, bevor die Prägung funktionierte. Du bist so oft aufgewacht und wusstest nicht, wer oder was du warst. Ich konnte das nicht länger zulassen. Wir waren die einzigen beiden Prototypen. Ich habe buchstäblich mich in dir erkannt. Du warst mein Bruder, Nick. Ich half dir bei der Flucht aus dem Institut. Wir gingen gemeinsam. Wenn ich dein Bruder wäre, wüsste ich es. Da irrst du dich. Das war vor mehr als einem Jahrhundert. In... In unseren Prototypen gehören ist nur begrenzter Speicherplatz vorhanden. Ah, ich habe genug gehört. Ich glaube, wir beide müssen uns darüber mal unterhalten. Aber vielleicht nicht jetzt. Nick, ist er wirklich dein Bruder? Wenn das so ist, wäre mir das neu. Haben es sinds überhaupt Familien? Sind wir verwandt? Nur weil wir aus der gleichen Baureihe stammen? Ich muss darüber nachdenken. Ist es wirklich möglich, dass du dich an nichts davon erinnerst? Du meinst wegen der Sicherungsmaßnahmen des Instituts? Den Schlägen, die ich abbekommen habe? Und meinem Alter? Oder glaubst du, diese Da oben ist nicht so viel Platzbegründung? Ich weiß nicht. Ist ja nicht so, als hätten wir eine Bedienungsanleitung. Wir dürfen nicht vergessen, warum wir hier sind. Kasumi Nakano. Nick, du musst mir nicht glauben. Ich bin einfach froh, dich wiederzusehen. Ich werde hier sein, wenn du bereit bist. Und wegen Kasumi. Es ist wichtig, dass du genau verstehst, wieso sie hier ist. Ich habe dich schon mal gefragt, ob du glaubst, dass sie ein Sünd ist. Hast du eine Antwort für mich? Warum fragst du? Weil sie mit genau dieser Frage hierher kam. Und die Antwort verändert ihre Welt völlig. Wir alle hier nehmen das ernst. Sie muss sich der Tatsache stellen, dass ihr ganzes Leben eine Lüge gewesen sein könnte. Dass ihr jemand die Identität genommen und sie zu etwas gemacht hat, das sie nicht ist. Ich will, dass du das verstehst, bevor du mit ihr redest. Sie hat hier die Chance, als Sünd zu leben. Ohne sich verstecken oder vorgeben zu müssen, jemand anders zu sein. Eine Frage noch, wenn du gestattest. Du bist wegen Kasumi hier. Aber es könnte vielleicht noch einen anderen Grund geben. Sag mir, bist du ein Sünd? What? Bin ich ein Sünd? What? What? Woher soll ich das wissen? Wenn du eine Art Test meinst, muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt keinen Test, der nicht tödlich wäre. Du musst stattdessen nach den Anzeichen Ausschau halten. Gedächtnislücken. Ein Gefühl der Einsamkeit. Seltsame Träume. Aber letztendlich musst du das entscheiden. Was glaubst du? Hast du deine Menschlichkeit schon mal angezweifelt? Da ich mich nicht entscheiden kann, nehme ich... Nein, aber wenn ich die Augen zusammenkneife, sehe ich im Spiegel irgendwie anders aus. Wenn ich das ausprobiere, ändert sich eigentlich nichts. Es scheint vielleicht unmöglich, dass du ein Sünd bist. Aber sag mir, was ist das Erste, an das du dich erinnern kannst? Ich erzähle niemandem meine Lebensgeschichte, die ich kaum kenne. Antworte du mir erst mal. Ich war in einem Labor, im Institut. Sie zogen was aus meinem Kopf. Es ging irgendwie darum, neurale Prozesse zu testen. Das ging jeden Tag so. Monatelang. Festgeschnallt. Bewegungsunfähig. Sie haben mich operiert. Und dann war ich draußen. Das Institut kann Erinnerungen entfernen, die verraten, wo sie sind und wie man sie findet. Aber ich war ziemlich zufrieden. Ich war frei. Das ist meine früheste Erinnerung. Und deine. Ich war bei meiner Frau. Wir sind in den Tag gestartet. Ich musste mich um einen Jungen kümmern. Und seitdem ist viel passiert. Aber keine Erinnerung davor. Keine Kindheit. Der erste beste Freund. Der erste Kuss. Ein bekanntes Zeichen. Daten kann man übertragen, aber Gefühle. Die bekommt man nur schwer in einen anderen Geist. Ist es nicht seltsam, dass die Dinge in der Erinnerung einem vollkommen anders erscheinen? Menschen. Orte. Sogar Klänge und Farben können sich verändern. Oder jemand anders hat sie verändert. Ich will ehrlich sein. Es gibt immer auch andere Erklärungen. Trauma. Krankheit. Hintergrundstrahlung. Das alles beeinflusst den Geist. Aber ich verspreche, dass man dich hier akzeptiert, für welche Wahrheit du dich auch entscheidest. Ich habe genug gehört. Wo ist Kasumi Nakano? Natürlich. Kasumi arbeitet normalerweise unten. Du kannst sie jederzeit sehen. Arcadia steht dir offen. Du kannst dich frei bewegen. Stell dich ruhig auch den Mitbegründern Faraday und Chase vor. Brauchst du sonst noch was, bevor du gehst? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.